Hi, mein Name ist Michael Berns. Wir befinden uns im wunderschönen Golfclub Gutkaden und ich verrate euch jetzt, wie jeder Chip von euch an der Fahne landet. Positioniert einen zusätzlichen Schläger leicht rechts eures rechten Fußes. Der Schläger sollte zwei Schlägerkopfbreiten vom Ball entfernt sein. Dieser Schläger führt dazu, dass ihr den Ball auf jeden Fall in einer Abwärtsbewegung von oben nach unten trefft. Dieser Eintreffwinkel sorgt für ein konstantes Treffen beim Chippen. Trainiert mit einem Zusatzschläger und werdet zum richtig guten Chipper.